Ich würde sagen, wir fangen aber mit kein Konzept an, der jetzt endlich wieder back in the game ist. Freut mich sehr. Ehrenbruder, kein Konzept. Maximal nicer Content. Freue mich sehr. Rein in die Masse. Schön, dass du wieder da bist, Bro. Wir sind der Erste, der wahrscheinlich live mit dem redet. Ich habe jetzt gerade die Nummer hier von kein Konzert. Wirklich, du... Kein Konzert, Digga. Knossi, Alter. Bei Gott. Wisst es, du bist kein Konzept der Echte. Knossi hat mir der Psychopath. Ich habe gefragt, kannst du mir Alge zuschicken? Er schickt mir sechs Flaschen zu. Aber na komm, Bro, soll ich mich... Wer trinkt denn sechs Flaschen Alge, Knossi? Holy Shit, Mann. Ich bin der Echte. Warte mal. Das ist kein Konzept der Echte. Ich bin der Echte. Hä? Das ist Tobi. Hallo? Mein Mitarbeiter ist kein Konzert. Der Kanal Kein Konzept wurde gelöscht aufgrund von pornografischen Inhalten. Es geht dabei um folgendes Video. Es ist nur ein Fuß. Abwarten sieht gut aus, dass der Kanal zurückkommt. Haben mir sehr viel geholfen. Ich habe auch schon Bescheid gesagt an den Mitarbeiter. Und ich glaube, der Kanal kommt auch zurück. Der YouTuber Kein Konzept wurde von YouTube gesperrt. Er... Maschallah, Digga. Wo steht er denn? Was für einer Villa? Selber ist auf jeden Fall noch zuversichtlich, dass er da wieder entsperrt wird. Hoffen wir auf jeden Fall mal, dass er nächste Woche wieder da ist. Moin. Da bin ich leider wieder. Wir... Merken uns nie wieder Füße zeigen. Maschallah, Digga. Schade eigentlich für Orange im Orange, aber gut. Ja, okay. Scheiß drauf. Kein Konzept legendär und die Kids wollen nö, das ist 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 nö. Findest du Papa Platte, sein Chat genauso dämlich wie ich, dann gib Füllchen. Hehehe. Danke. Omega Null, Omega Null, I'm muted, Omega Null. Und dann... No joke. Desktop-Leak? Oh ja, stimmt. Äh, könnte da kein Konzept wieder ins Schnitt machen, dass man da nur irgendwelche Pondos sieht? Ach nee, Kanal ist ja gebannt. Der hier... War der zu früh? War der zu früh? Hehehehe. Chill. Wir haben einiges zu bereden, ihr seht schon am Titel, schlechte Neuigkeiten. Es wird ernst. Der Account ist permanent gebannt und wird nicht wiederkommen. Hehehe. ABK hat recht, weil es bezahlt mich. Hehehe. Wieso komm ich denn immer umsonst rein, Dicker? Ich bezahle ja nicht dafür. Moment, wenn ich in dem Video nicht drin bin, dann liegt es daran, dass ich nicht bezahlt habe. Donko Jujote. Boah, Regina darf einfach nicht den Mund aufmachen. Bis jetzt alles nachvollziehbar und ich finde alles in Ordnung, weil Nico 31er ist. Kein Banngrund. Inscope 31, Nico 31. Nico, kannst du nach Hause fahren? Das ist eine einfache Frage, die er gestellt hat. Inscope 31, Nico, schlimmstes Camp. So, jetzt verstehe ich schon wieder nicht, warum da nicht gleich ein Timeout drauf geht. Inscope 31, Realtop. Da hat er sich nochmal gefangen. Wieso ist Regina so anstrengend, Gina und JJ? Top. Geht doch mal auf den Chat an, ihr zwei Hunde, F. Wir sind hier keine Tiere. Tierwelt nur in dein Kinderzimmer, in die Kinderbücher. BAM! Aus. Jens, was? Nächster. Robin lol, gesperrt vom Bootser. H. S. Hallo liebes Mod-Team. Knossi hat gefragt, wie geil findet ihr den Stream? Ich habe dann HS, das sollte Hammer Stream heißen. Achso, nicht Hurensohn, oder? So, gib mir eine zweite Chance, ich möchte mit dem Chat schreiben. Hammer Stream. Digga, ist Knossi Legastheniker, Bro, wie schreibt der, Mann? Digga, no joke? Nächster. Ja, aber du hast gerade einen Kaugummi unter deinen Schuhen, der klebt gerade ein bisschen am Boden. Ja, dann ist das so. Bleib mal hier. Nee. Du hast gerade mies Kaugummi. Ja, ist ja gut. Ja, spring mal. Ich möchte nicht springen. Wie Micky nicht versteht, dass das Legging heißt. Ich schlage und dann springst du hoch. Nein, ich will nicht springen. Das war schlecht. Ich spring jetzt. Ich spring nicht. Haha. Ich spring nicht. Nee, nee, nee. Gangst. Oh, yeah. Da fragt man vorher. Pech gehabt. Oh, ho, ho, ho. Ich würde das machen, wenn beim Öffnen so ein Schrei kommen würde so. Mann, könnt ihr mal alle eure scheiß Facecam dahin machen, wo ich reagiere. Immer dieses hin und her, Bro. Das ist einfach nur stressig. Immer hier, da. Mann, Digga, ich bin die ganze Zeit am hin und her schieben, was würde ich Tetris spielen. Oh Gott, Bro. Mach doch die Facecam mal irgendwo hin, wo sie auch bleibt. So, jetzt an alle Streamer, wir einigen uns da drauf. Wir machen unsere Facecam für Reactions jetzt rechts hin. Und wir machen das jetzt so wie Ello Tricks hier. Das ist perfekt, ja. Da hat man genug Platz für ein paar Clips. Und dann kommt hier jetzt die Facecam hin und darüber ist der Chat super gut. Aber immer dieses hin und her. Nee, ist doch scheiße. Mich nicht. Und so eine Level-Up-Dose schreit dich an. Die Angabe. Ja, geht doch, Knossi. Ich mach gleich den Test, ich freu mich drauf. Und ich glaube auch, egal, ob ich nicht alle Schilder und sowas kenne, ne. Ganz egal, ob ich das nicht alles kenne. Ich glaub, bin fest der Überzeugung. Ich werd keinen Fahrschultest machen. Ich mach nicht das, was alle machen. Ich mach später nen... Einen Aids-Test. Ach, scheiß Beispiel. Weiter. Dass ich mit logischem Denken alles lösen lässt. Wie viel glaubt ihr wie Fehlerpunkte? Ich sag nicht mehr wie 5. Hehehehe. Jeboi. Wer ist das? Ist das Kevin? Ach so, sieht sie nicht, oder? Jo, sieht sie nicht, Digga. Hat sie nicht gesehen? Ja, auch kein Ding. Ach so, jetzt auf einmal gesehen. Bier, 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 Bier. Wir haben Bier auf dem Laptop. Einfach ins Auto steigen, ne? Hallo. Ja. Hallo, hör auf, mein bestes Freund zu sein. Hey, hey. Du bist ein... In des Zins. Entschuldigung. Hä? Das ist gestern passiert. Wie kann das sein, dass es heute schon in den Clips drin ist? Du schlägst ein kleines Kind, Ben? Wir haben nichts damit zu tun. Die Polizei ist nicht, der kann ich etwas gesehen. Hey, 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 hey. So, jetzt reizt's mir. Der braucht ne Schnabel-Taste. Ey, ich hatte genau das gleiche gerade. Ich hatte meine Freundin und mein Bruder davon erzählt. Die waren auch im Auto. Meine Freundin macht das Navi. Wir sind an der Kreuzung. Ich sag, links oder rechts? Die Ampel wird grad grün. Sie so, äh, war grad am Handy, hat's nicht gecheckt. Sagt, grün. Falsch. Sie meinte, links. Das kann passieren. Und dafür hätt ich wieder einen riesen Shitstorm kassiert. Wär ich im Auto gesessen und Chef Strub sagt, yo, müssen wir links oder rechts? Wir sind live im Stream und ich sag, äh, grün. Fake. Chimex ist ne linke Ratte. Da war ich keine Szene gespielt, lost oder irgendwas. What the fuck? Hilfe, Hilfe. Was waren das für Beispiele? Wunderbar, wenn das nicht gespielt ist, bin ich ein Huren. Okay. Äh. Wie rette ich das wieder? Ja, doch, die Szene war gespielt. Das, was ich eben gesagt hab, stimmt doch nicht. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Da saß ich hier und hab mir gedacht, was kann ich jetzt Lustiges sagen? Ich sag jetzt einfach, hol die vegetarischen Katjes. Glaubt ihr wirklich, der meint das alles ernst? Auch das Ding mit Monte. Er kritisiert mich, dass ich meine Lostness fake. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesbezüglich so lost ist. Also fake der ist auch. Spiegel. Decker, der Mann geht's gar nicht gut, Alter. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Steck es so viel ab, halt in die Videos. Ey, ich hab letztens, hab ich ein Video von Kein Konzept, äh, ein altes geschaut bei mir im Zimmer. Und ich hab mitgerappt, äh, dieses Outro. Und ich hab einfach gesagt, stecke so viel Arbeit in die Kids. Und es ist so schlimm, was ich gesagt hab, dass ich mich richtig dafür geschämt hab. Weil, stecke so viel Arbeit in die Kids. Also, es könnte natürlich heißen, dass ich viel Zeit in die Erziehung der Kinder stecke. Aber, etwas in Kids stecken, klingt immer extrem beschissen. Deshalb lassen wir das einfach. Also, es ist ein Video von Kein Konzept, äh, das ist ein Video von Kein Konzept, äh, das ist ein Video von Kein Konzept.